Die Kraft der menschlichen Arbeit zu mobilisieren, ist eine unmittelbare Herausforderung. Um eine neue Architektur der Sicherheit und Entwicklung für uns alle zu schaffen, sowohl die Nation der globalen Mehrheit der Welt, als auch die Völker des westlichen Teils der Welt beanspruchen, die existenzielle, unmittelbare Notwendigkeit erfolgreich zu sein. Das ist der eigentliche Sinn unserer Demonstrationen auf den Straßen Europas. Im Gegensatz dazu betreiben unsere Finanzeliten des globalen Nordens eine Politik des sozialen Krieges gegen ihre eigenen Bevölkerung und der Aufrüstung gegen die Nationen, die sich ihnen widersetzen. Ihre Politik ist eine Gefahr für uns alle. Angesichts der Krise ihres räuberischen Finanzsystems sind sie wie verwundete Tiger, die zu Menschenfressern werden. Unsere entscheidende Waffe gegen sie ist unser Menschenbild, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Die Errungenschaften der menschlichen Arbeit verkörpern und beweisen unsere schöpferische Kraft. Nichtsdestotrotz versuchen die oligarchischen Eliten mit allen Mitteln, die Arbeit auf ein Machtgleichgewicht innerhalb ihres etablierten Umfelds zu reduzieren, das durch die Herrschaft des Geldes und der Preise vordefiniert ist. Der Zweck meines Vortrags ist daher, dazu beizutragen, die Macht der menschlichen Arbeit zu befreien. Erstens ist sie menschlich, weil sie weder bestialisch noch mechanistisch ist. In einer Koltan- oder Goldmine physisch ausgebeutet zu werden, ist keine menschliche Arbeit, sondern koloniale Sklaverei. Menschliche Arbeit besteht darin, die Natur für einen nützlichen sozialen Zweck physisch umzuwandeln und nicht darin, eine Aufgabe zu erfüllen, um eine Gegenleistung zu halten. Die Arbeit eines Menschen entwickelt und erweitert seine schöpferischen Kräfte. Sie ist kein Selbstzweck, sondern ein Beitrag zu unserem Gemeinwohl und unserer sozialen Zukunft. Arbeit ist ein Menschenrecht zur eigenen Entfaltung, nicht ein Preis. Aber das zu sagen reicht nicht aus. Die notwendigen philosophischen Grundlagen für ein neues Paradigma erfordern eine viel tiefere Untersuchung dessen, was menschlich ist. Die beste Referenz, die ich finden konnte, ist eine Reihe von Vorträgen, die Lund LaRouche am 25. April 1984 über die Macht der Arbeit, das Naturrecht und den technischen Fortschritt gehalten hat. LaRouche geht von der Notwendigkeit aus, die potenzielle relative Bevölkerungsdichte einer Gesellschaft zu erhöhen, um ihren Untergang zu verhindern. Potenziell bedeutet über das Niveau der gegenwärtigen Bevölkerung hinaus. Es ist die Entdeckung neuer physikalischer Prinzipien und ihre Anwendung zur Förderung des technischen Fortschritts, der die Produktivität der Arbeit pro Mensch und pro Landfläche erhöht. Denn der Mensch hat diese besondere Eigenschaft, seine Umwelt zu verbessern und die Energieflussdichte und die Tragfähigkeit seines Universums zu erhöhen. Sehen Sie sich also den gegenwärtigen Zustand unseres transatlantischen Universums an? Es ist potenziell dem Untergang geweiht. Es hat sein Potenzial unter der Herrschaft einer Finanzoligarchie zerstört, die immer mehr Geld ausgibt, ohne wirkliches physisches Wachstum zu schaffen. Und nun zerstört es dieses. Politisch ist unser Kampf ganz klar. Aber gehen wir mit Lunden-LaRouche einen Schritt weiter. Ein Tier oder ein Oligarch kann seine Umgebung nicht zum Besten verändern. Wir werden sehen, dass eine künstliche Intelligenz Daten besser verarbeiten kann als der Mensch. Aber er kann sie nicht transformieren. Menschliche Arbeit kann das, weil sie Hypothesen aufstellt. Sie hat die Macht, das Universum zu verändern und zu verbessern, indem sie die Spielregeln der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Kultur ändert, indem sie die gegebenen Zwänge durchbricht. LaRouche definiert drei Ebenen von Hypothesen, die die menschliche Arbeit zu etwas Einzigartigem macht. Einfache Hypothesen sind mit den bestehenden Aktionen und Hypothesen vereinbar. Sie werden sozusagen nebenbei entdeckt. Höhere Hypothesen stürzen bestehende Axiome und Postulate akzeptierter, wissenschaftlicher und anderer Meinungen um. Es ist die Art des Denkens, die alle wissenschaftlichen Entdeckungen rekonstruiert und den Weg für die Entdeckung neuer physikalischer Prinzipien ebnet, die im Rahmen des technologischen Fortschritts angewandt werden und die potenziell jeder Mensch verstehen und gesellschaftlich anwenden kann. Denn er ist ein Mensch. Es ist ihre soziale Umsetzung, die die Kraft der menschlichen Arbeit ist, die relative potenzielle Bevölkerungsdichte zu erhöhen. Die Hypothese der höheren Hypothese ist ein Prinzip, das erfolgreich aufeinanderfolgende wissenschaftliche Revolutionen hervorbringt. Es ist der Bereich, den Wladimir Warnacki die Noosphäre nennt. Die Kraft der menschlichen Arbeit, eine geologische Kraft zu werden, die die Erde in Übereinstimmung mit den Gesetzen des physikalischen Universums formt. Machen wir noch einen weiteren Schritt nach vorn, die sogenannte Revolution der künstlichen Intelligenz. Die KI bearbeitet Daten und stellt logische Zusammenhänge her, indem sie lernt, in Bereichen mit einer enormen, aber endlichen Anzahl von Fällen zu induzieren und zu Schlussfolgern. Sie weiß nicht, was sie wirklich physisch tut. Sie ist sich in ihr selbst nicht bewusst. Es stimmt. Es kann einen menschlichen Rivalen beim Schach oder Go besiegen. Es hat das schon geschafft. Das ist Logik. Aber im Bereich der physikalisch-diskontinuierlichen Prozesse der schöpferischen menschlichen Arbeit kann sie nicht vorankommen. Sie läuft auf ein sehr ausgefeiltes statistisches Modell hinaus, das Korrelationen zwischen Werteskalen quantifiziert. Für die KI ist eine Metapher ein Bedeutungswechsel von einer Ebene des Denkens zu einer höheren. Das ist wie für einen Huhn, das ein Stück weißen Lehm findet. Die KI kann die Ebene der höheren Hypothese nicht erreichen. Das bedeutet, dass die KI besser als der Mensch das verarbeiten kann, was nichtmenschlich ist, nämlich den langweiligen Bereich der Daten. Maschinelles Lernen und Deep Learning ermöglichen es ihr, das bereits Bekannte zu erforschen und in diesem Bereich sinnvoll vorzugehen. Aber niemals Metaphern, niemals ein neues physikalisches Prinzip. Und während LaRouche sagte, Geld sei ein Idiot, ist KI ein weiterer Idiot. Ein Idioter Sensamente. Ein Datenanalytiker unter Einfluss elektronischer Steroide. Gute oder schlechte Nachrichten? Es ist eine Frage der Intention. Eine sehr schlechte Nachricht, wenn die KI in den Händen derer bleibt, die versuchen, kreatives menschliches Denken mit einer noch raffinierteren Ebene der Kontrolle menschlichen Verhaltens auszurotten, dem oligarchischen Spiel Menschen zu Nichtmenschen zu erziehen, die menschliche Arbeit durch die algorithmische Kontrolle von Bildern, Fake News und Finanzoperationen zu zerstören. In diesem Sinne ist der wahre Feind des menschlichen Wissens und der menschlichen Arbeit nicht Unwissenheit, sondern, wie Sokrates wusste, die Illusion zu wissen. Eine sehr gute Nachricht, wenn die KI unter der Kontrolle der Macht der menschlichen Arbeit steht. Die KI ist ein sehr nützlicher Helfer, nicht nur, um zeitraubende Aufgaben zu erledigen, sondern auch, um selbst in einem Bereich bekannter logischer Beziehungen voranzukommen. So dauert beispielsweise die Kommunikation mit einem Rover auf dem Mars in beide Richtungen mehr als eine halbe Stunde. Die KI kann die Maschine so trainieren, dass sie mit allem rechnen kann, was zu erwarten ist, außer, wenn ein unerwartetes, unlogisches Ereignis eintritt. Sehr nützlich. Es stimmt, dass die KI viele von Menschen ausgeführten Arbeiten ersetzen wird. Aber diese Jobs sind nicht die kreative Arbeit des Menschen, sind also nicht kreative Tätigkeiten, die ersetzt werden. Vor allem bürokratische Jobs wie der Strategieberater, MC Kinders, der Händler, der Anwälte, der PowerPoint-Experten, all der Hochstapler, die vorgeben, die Spielregeln zu beherrschen und Wirklichkeit Profiteure sind. Wenn wir den Bereich der KI kontrollieren, wird unsere Arbeit menschlich sein. Denn unser geistloser Assistent wird das Unkreative erledigen. Die entscheidende politische Frage ist, wer die Kreditvergabe kontrolliert und zu welchem Zweck. Es gibt noch mehr zu sagen. Das Bewusstsein, dass unsere Arbeit wirklich menschlich ist, ist der entscheidende Punkt. Ich habe nicht genug Zeit, um darauf einzugehen. Daher möchte ich Ihnen einfach raten, Nikolaus von Kuhs zu lesen, den besten philosophischen Freund von Helga Zepp-LaRouche. Nur ein Wort. In dem Beryllio von 1458 lehrt er uns unter anderem den wahren Weg der menschlichen Erkenntnis, befreit vom sterilen aristotelischen Prinzip des Widerspruchs, um in den Bereich des Intellekts jenseits der Vernunft vorzudringen, wo der menschliche Geist die Koinzidenz der Gegensätze begreift und fähig wird, eine höhere Ebene des Handels zu erreichen. Die Metapher für diese Schöpfe Einsicht, denn das, was er später Ose Ipsum die Kraft selbst nannte, die Metapher, Kuhsers Metapher ist der Berillo, ein Halbedelstein, aus dem zu seiner Zeit Brillen geschliffen wurden. Die menschlichen Augen würden so mit dem intellektuellen Beryll ausgestattet, der es seinem Geist ermöglichen würde, das Zusammentreffen von Gegensatz zu erfassen. Heute wendet Helga Zepp-LaRouche diesen Ansatz auf die Lösung menschlicher Konflikte an, um von oben aus der zerstörerischen Logik von Block gegen Block herauszukommen. Im Geiste des Westfälischen Friedens von 1648 erstellt die schöpferische menschliche Arbeit den Fahrplan, um aus dem Dilemma herauszukommen, und zwar aus dem eigenen Geist heraus und indem sie auf den Geist der anderen hört. Das ist das Wesen der höchsten Stufe der Einsicht, der schöpferischen Intuition, die eine Friedensdynamika vorbringt, die nicht auf Daten beruht, die in Form von Plänen gesammelt wurden, sondern auf Prinzipien, die die Kraft der menschlichen Arbeit erzeugen, die zehn Prinzipien des Schiller-Instituts. Der heutige Wandel in der Welt ist die beste Gelegenheit für uns alle, Akteure dieses Wandels zum Guten zu werden. Lassen Sie mich mit einem Zitat von Bernhard Riemann über den Begriff der Gesteinsmasse, der Geistesmasse zu schließen. Der Geist ist eine kompakte Geistesmasse, vielfach verbunden durch die innigsten inneren Verbindungen. Er bildet sich fortwährend, in dem neue Erkenntnismassen in ihn eintreten und entwickelt sich auf diese Weise weiter. Es ist also der Beitrag neuer Ideen, die unser gesamtes Wissen zum Klingen bringt und anregt. Helga Zeppel-LaRouche und meine Frau Odile haben Johann Friedrich Herberts Beitrag zur Pädagogik der Schöpfrischen Fähigkeiten erforscht, um die Seele des Schülers zu erschaffen und ihn nicht in ein Format zu zwängen, wie es heute oft der Fall ist. Die menschliche Arbeit ist das Experimentieren dieses ständigen Fortschritts, von dem das ganze Leben der Menschheit und das Beste von uns den experimentellen Beweis liefert. Das ist es, was heute unmittelbar durch Krieg und wirtschaftliches Chaos bedroht ist. Werden wir uns dessen bewusster. Lasst uns mehr Menschen mobilisieren, um daran zu arbeiten, die Strömung in unserem transatlantischen Teil der Welt umzukehren und die Gegensätze zusammenzubringen. Das ist eine Frage von Leben und Tod. Die Kraft der menschlichen Arbeit muss uns dazu inspirieren, in Metaphern zu denken und Hypothesen zu entwickeln, die über eine sinnliche Erfahrung hinausgehen, die uns heute, wenn wir uns ihrer eigenen Logik überlassen, pessimistisch und damit machtlos machen würde. Folgen wir dem Rat von Lundin-LaRouche, als er nach dem Geheimnis seiner Kreativität gefragt wurde. Arbeit, Arbeit. Der entscheidende Augenblick der Geschichte, in dem wir leben, erfordert von uns die volle Mobilisierung unserer schöpfröschen menschlichen Arbeit, damit unser großer Augenblick der Geschichte großen Reifenvolkern zufällt. die korrekt die Wahrheit die Wahrheit der Geschichte